So, ein herzliches Willkommen, wir sind wieder hier... Nein, meint man... So, ein herzliches Willkommen hier auf Retroaktiv in Zusammenarbeit mit TVGC. Wir sind hier auf der Gamescom in Köln, sind um 4, 5 Uhr aufgestanden und haben alle Strapassen auf uns genommen, um hier hinzukommen, inklusive Polizeikontrolle im Zug. Das war aufregend. Jetzt sind wir auf jeden Fall fit genug, um uns gleich in die Hallen zu stürzen und darauf freuen wir uns. Ich bin der Benjamin, hinter der Kamera ist der Markus. Den werdet ihr nachher auch noch irgendwann mal sehen und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß. Vielleicht. Ja. Ja, ja. Also ich muss ja jetzt schon sagen, Platz haben wir hier genug zum Laufen. Ja. Wir können uns hier ganz gemütlich auf der Gamescom hier den Weg bahnen. Das ist astrein, das ist wirklich astrein. Oh, der Uncharted stand. Ja. 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 Aber wir haben einen langen Tag vor uns. Dann versuchen wir noch zu EA zu kommen. Microsoft werden wir dann abchecken. Also eigentlich alle. Irgendetwas werden wir auf jeden Fall abgreifen. Square Enix. Die ganzen Giganten. Hast du noch einen? Das waren ja schon fast alle. Wir dürfen aber definitiv Astragons vergessen. Und Payside-Card. Die haben wir auch einen eigenen Stand. Jedes Jahr. Ja. Auf jeden Fall kommen nachher noch ein, zwei Leute mehr. Der Miguel wird nachher noch kommen. Und dann noch die Hanna. Glaube ich. Und dann werden wir sie auch wahrscheinlich noch einmal kurz auf Bildmaterial festhalten. Ich rauche jetzt noch eine. Dann gehen wir gleich rein. Und dann gibt es ganz viele Videos. Videos. Wenn dann der Kamera gleich nicht wieder ausgeht. Und dadurch, dass du jetzt etwas auf Tabakkunst gegeben hast, müssen wir ein Video jetzt ab 16. Ja, ab 16. Aber wir haben noch kein Bändchen. Das müssen wir uns gleich auch noch freuen. Tschüss. üss. W10appelle, centrifuge. Ich musste was auf dem Lenkruppen investieren. einempieler eröffnet sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.